Künstliche Intelligenz spielt in unserer vernetzten und globalisierten Welt eine große Rolle. Oftmals ist uns gar nicht bewusst, wo KI überall eingesetzt wird. Wir haben uns mit der Frage befasst, wie und wo künstliche Intelligenz im Journalismus angewendet wird, welches Potenzial diese Anwendungen bereithalten, aber auch, welche Bedenken mit ihrer Nutzung einhergehen. Alle stehen unter Druck. Es gibt immer wieder neue Kanäle und immer wieder neue Quellen. Und das Grundthema ist eigentlich, was kann die Maschine einem abnehmen? Und wenn man sich den aktuellen Stand von KI anschaut, ist da schon vieles möglich. Es ist aber vieles auch noch nicht so möglich, wie sie es alle vorstellen. Und da muss man realistisch sein. Der journalistische Alltag wird aufgrund der voranschreitenden Globalisierung und des damit immer umfangreicheren Contents schwieriger zu bewältigen. Armin Berger und Stefan Grill von der Berliner Kommunikationsagentur 3PC sehen deshalb viele Anwendungsmöglichkeiten für KI im Journalismus. Ich denke, es wird in Zukunft immer noch eine größere Runde spielen, auch von Journalismus mit solchen professionellen Tums zu arbeiten, anstatt sozusagen einfach nur mit Google die Welt abzusuchen und zu gucken, wie kann ich jetzt sozusagen die Nachrichten gar nicht einschätzen. Konkret sieht die Medienethikerin Jessica Hesen dieses Potenzial in Anwendungen wie Daten- und Roboterjournalismus. Sogenannte Roboterjournalismus oder automatisierter Journalismus, da spielt KI auch eine Rolle, also für die Textgenerierung. Das sehen wir jetzt ja bereits im Bereich der Wirtschaftsberichterstattung, also Börsenberichterstattung, Sportberichterstattung. In diesen Bereichen haben wir teilweise künstliche Agenten, die Texte schreiben. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeiten der individualisierten Berichterstattung, semantische Suchtechnologien und Auswertung von Metadaten, die die journalistische Arbeit unterstützen können. Beispielsweise bei der Aufdeckung von gefälschten Nachrichten. Und die Frage in der Fake News ist dann eben was, was man eben auch fehlautomatisieren kann, dass man eben automatisch eben Quellen abgleicht. Da gibt es auch viel Forschung dazu, dass man eben guckt, sind Videos möglicherweise manipuliert, dass man guckt über Metadaten, passt das eigentlich überhaupt, der Ort, der Drehort, ist das überhaupt nachvollziehbar, kann das sein, weil möglicherweise oft sind Metadaten da, die die Leute gar nicht wahrnehmen, weil die Kamera das nämlich auch zeigt, dass sie nämlich hier in Berlin steht. Neben diesen Nutzungen bleiben auch kritische Überlegungen, die es in der Anwendung von KI weiterhin zu beachten gibt. Also können wir uns als Rezidentinnen von Texten sicher sein, dass die von den Menschen geschrieben werden oder werden wir in Anführungsstrichen hinters Licht geführt und wir interagieren hier über Texte vielleicht gar nicht mit Menschen, sondern eben künstliche Intelligenz. Und das ist ein ethisches Problem, wenn wir da keine Klarheit mehr haben, weil das Vertrauen zerstören kann. Darüber hinaus äußert sich Jessica Hesen zu den Voraussetzungen, die Journalistinnen mitbringen müssen, um mit KI-Anwendungen richtig umgehen zu können. Ich muss lernen können, wie gut, also wie ich künstliche Intelligenz, Suchmaschinen, Algorithmen, wie ich das für meine Arbeit nutzen kann und wo ich das eben nicht nutzen sollte. Das gehört aus meiner Perspektive zu einer journalistischen Ausbildung dazu. Es bleibt also weiterhin spannend, wie KI im Journalismus angewendet wird. Dabei dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass die Maschine den Menschen nicht ersetzen soll, sondern als Unterstützerin für den Menschen fungiert und ihm hilft, die neuen Herausforderungen in unserer stark vernetzten Zeit zu bewältigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017